Musik Ich werde Ihnen erklären die Typologie der Wohnhäuser, in denen die Firma markt. Die Häuser müssen entweder Einfamilienhäuser oder Doppelhäuser, keinesfalls sind Wohnungen in Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser. Die Häuser müssen höchstens sechs Schlafzimmer haben und höchstens zwölf Übernachtungenplätze im Haus. Und es muss mindestens ein Bad für jede drei Gäste haben. Und bitte vergessen Sie nicht die Genehmigung, vorher die Tätigkeit zu anfangen bei der Regierung in Balearen zu beantragen. Vielen Dank. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020